Wir bekommen immer das Cocktail, das wir uns an der Bar bestellen. Wir bekommen das Hormon-Cocktail, das wir an unserer Endokrinen-Drüsen-Bar bestellen. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, deinem Performance-Coach. Und jetzt fragst du dich, was erzählt der da? Hormon-Cocktail bestellen an der Endokrinen-Drüsen-Bar, wie ekelhaft ist das eigentlich? Freunde, das war mein Ernst. Das war mein bitterböser Ernst. Bitterböser? Nein, bitterböser kann man nicht sagen. Nee, das kann man nicht sagen, denn diese Bestellung, wenn wir die richtig aufgeben, wenn wir geschickt bestellen, bekommen wir echt ein krass geniales Cocktail. Wir können das morgens bestellen, mittags bestellen, abends bestellen. Wir können das zu jeder Zeit bestellen. Wann wir es nicht bestellen können, ist nachts. Nachts ist es schwierig. Nachts ist es echt schwierig. Mit den Augen zu, am Schlafen ist das eher automatisiert, was wir uns da bestellen. Was will ich euch damit sagen? Ich habe ein Beispiel für euch. Und zwar, passt auf. Ich wache jetzt auf. Morgens. Und draußen ist es dunkel, grau. Es regnet. Es ist nicht schön. Es ist Montagmorgen. Und dann geht es los. Was für ein trauriger Tag. Was für ein schlechter Tag, verregner Tag. Regen heißt schlechte Laune. Schlechtes Wetter heißt nicht gut drauf sein. Und dann auch noch montags. So, und mit diesen Gedanken im Kopf starte ich den Tag. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir natürlich in diesem Moment instinktiv mein Cocktail an der Endocrindrüse mal bestellt. Ja, weil das sind alles Dinge. Schlechtes Wetter, schlechte Laune, nicht gut drauf, Montag, arbeiten, arbeiten, macht man nicht gerne, ich fühle mich nicht gut, es geht mir schlecht, ich habe einfach keinen Spaß. So, und das ist die Bestellung, die wir aufgeben und der Körper reagiert drauf. Denn es ist immer auch ein Stück weit diese Gedanken mit Bildern verknüpft und mit Emotionen. So, und was bewirken die? Die bewirken tatsächlich die Bestellung. Die Bestellung eines Cocktails. Und dieses Cocktail ist dann in dem Moment natürlich nicht ein Cocktail mit Wohlfühlhormonen, mit viel Dopamin und Serotonin. Es sind keine Endorphine mit dabei. Zumindest nicht viele. Sondern es ist natürlich sehr stark Hormone mit dabei, die eben nicht uns gut drauf machen. Es ist ein Stück weit auch ein Stresshormon mit dabei, weil es ist ja keine schöne Situation, es ist auch eine stressige Situation zu sagen, jetzt muss ich den Tag durchstehen bei so einem schlechten Wetter, jetzt muss ich arbeiten gehen, obwohl ich überhaupt keine Lust habe. Jetzt drehen wir den Spieß um. Gleich am Montag. Und ich wache auf. Draußen scheint die Sonne. Ich habe einen tollen Auftrag an diesem Tag. Ich habe ein tolles Briefing bekommen, ein tolles E-Mail bekommen, ein tolles Posting gelesen, ein Lob zu mir. Meine Frau sagt, hey Andreas, schön, ich habe dich lieb. Meine Tochter sagt, hey Papa, du bist ein toller Papa. Man geht raus, es sind zwei, drei Leute, die Sonne scheint, die lächeln einem an. Und was haben wir gemacht? Wir haben an der Bar instinktiv ein Hormon bekommen. Also nicht bewusst, sondern instinktiv. Intuitiv. Weil da sind ein paar Sachen vorgefallen, die sind angenehm, die sind schön, Lob ist toll, ein Lächeln eines Mitmenschen ist toll, die Sonne scheint, das scheint in unser Gemüt. Und somit haben wir jetzt ein Cocktail, das genau das Gegenteil bewirkt vom ersten Cocktail. Aber das ist jetzt eher so eine automatisierte Sache gewesen. Es geht wieder darum, dass wir ein Gefühl im Kopf haben, Bilder im Kopf, Emotionen verknüpft. Und die wiederum ergeben die Bestellung an Hormonen, die wir dann bekommen. Und jetzt kommt der nächste Montag. Wieder einen Montagmorgen. Und diesen Montagmorgen ist wieder ganz schlechtes Wetter. Super schlechtes Wetter. Regen. Es ist dunkel. Nass. Wir haben keine Lust. Wir sind noch müde. Wir kommen raus und denken, boah, was ein Tag. Überhaupt keine Lust. Und heute Morgen, boah, die Arbeit ist heute Morgen. Ich habe keinen tollen Auftrag. Vielleicht auch sogar noch ein schwieriger Kunde. Meine Frau ist schlecht drauf, hat schlecht geschlafen. Wir gehen raus auf die Straße. Und draußen sind Leute auch schlecht drauf. Ja. Und jetzt gehen wir her und sagen, stopp. Mir geht es gut. Ich habe gut geschlafen. Ich bin gesund. Ich habe zu essen. Und ich denke jetzt mal darüber nach, was für tolle Sachen ich alles schon erlebt habe in meinem Leben. Wie erfolgreich ich schon war. Schauen wir vielleicht ein Video an und ein paar Fotos an. Und früher ein schönes Erlebnis, ein erfolgreiches Erlebnis. Und was mache ich? Jetzt bestelle ich ganz bewusst an der Endokrinendrüsenbar meinen Cocktail. Obwohl es draußen dann schlecht ist. Obwohl es ein Montagmorgen ist. Bin ich gut drauf. Ich fühle mich wohl. Mir geht es gut. Ich habe ein Lächeln im Gesicht. Und mit diesem Lächeln im Gesicht gehe ich raus. Und was passiert? Irgendwann stecke ich sogar da draußen Menschen an durch mein Lächeln und der Lächeln zurück. Und schon wieder eine kleine Bestellung an die Drüsenbar. Was ich damit sagen möchte ist, wir haben ganz oft Emotionen in uns. Das kann von Anschauen eines Filmes sein. Das kann von den Nachrichten sein. Das kann in der Kommunikation mit einem Kunden vorkommen. Mit einem Bekannten vorkommen. Das kann eine E-Mail sein. Das kann ein Posting sein, was wir lesen. Und all die Dinge, die auf uns einprasseln, die sorgen dafür, dass eine Emotion entsteht, ein Gefühl entsteht, im Kopf Bilder entstehen. Und die wiederum bestellen ein Hormoncocktail, das uns entweder gut drauf sein lässt oder weniger gut oder schlecht drauf sein lässt. Und wir können dagegen vorgehen. Denn viele Menschen gehen nicht dagegen vor. Die sind dann den ganzen Tag schlecht drauf. Wir fühlen uns nicht gut und überlegen, warum kriege ich das jetzt nicht los? Was kann ich dagegen tun? Außer eine Flasche Schnaps trinken und was weiß ich sonst was nehmen. Oder mich, keine Ahnung, mit was ablenken. Was kann ich dagegen tun, um dieses unangenehme Gefühl, dieses schlecht drauf sein loszukriegen? Und am Elektronenmikroskop sind es Hormone kommunizieren. Ja, mehr ist es nicht. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, durch das, was wir konsumieren, durch das, was wir bewusst konsumieren, dass wir vielleicht bewusst an diesem Morgen ein Gespräch suchen mit einem lieben Menschen, den wir sehr lieb haben. Oder seiner Frau eine schöne Nachricht schickt und sie schickt eine schöne Nachricht zurück. Oder ihr Mitarbeiter ein Kompliment ausspricht. Dann bekommen wir wieder ein angenehmes Gefühl zurück. Oder wir haben in unserem Handy ein Album mit lauter Bildern von schönen Momenten und schauen uns das an. Oder wir hatten ein Buch, ein Buch mit schönen Momenten aufgeschrieben oder Motivationssprüchen. Und das lesen wir uns durch. Wir schauen uns unsere Videos an. Wir schauen unsere Bilder an. Wir versuchen, wir gehen raus und sind positiv zu unseren Mitmenschen. Wir geben denen ein gutes Gefühl, die geben uns ein gutes Gefühl zurück. Was haben wir in dem Moment gemacht? Wir haben in dem Moment bewusst an der Hormonbar unser Cocktail bestellt. Und dieses Cocktail wirkt. Wir schlürfen dieses Cocktail und auf einmal zaubert es uns ein Lächeln ins Gesicht. Auf einmal haben wir im Gesicht ein Lächeln, ein inneres Gefühl des Wohlseins, ein inneres Gefühl der Zufriedenheit. Nur weil wir bewusst ein Cocktail bestellt haben. Und jetzt sagst du dir, Andreas, du sagst es so einfach. Nein, es ist nicht einfach. Natürlich ist es nicht einfach. Es geht nicht darum, dass es einfach ist. Solche Sachen sind nicht einfach. Aber jetzt haben wir ein Werkzeug. Ein Werkzeug, mit was wir arbeiten können. Denn wir können natürlich auch hergehen und können überlegen am Montagmorgen. Warum bin ich eigentlich schlecht drauf? Nur weil es Wetter draußen regnet? Was ändert das tatsächlich in meinem Leben, nur weil es regnet? Was ist mit meinem Kunden heute Morgen? Warum erwarte ich von ihm schon, dass es ein schlechtes Gespräch wird? Ich gehe dann schon mit der Vorahnung, mit der Hypothese rein, das wäre ein schlechtes Gespräch. Nur weil ich vielleicht mit diesem Kunden ein, zwei Erfahrungen gemacht habe. Schlechte Erfahrungen. Ich kann mich natürlich auch hergehen und kann diese Erwartungshaltung rausnehmen, durch eine andere Erwartungshaltung ersetzen. Auch das ist eine Technik, damit umzugehen. Mir geht es nur um Sofortmaßnahmen im Moment. Was kann ich tun, wenn ich schlecht drauf bin? Was kann ich tun, wenn mir es nicht gut geht? Wie gehe ich damit mir um? Und das sind diese Dinge, die helfen. Was machen wir oftmals, wenn es uns nicht gut geht? Ein Ventil ist ganz oft Essen. Das ist sehr oft ein Ventil, wenn wir schlecht drauf sind. Wir versuchen uns dann durch Essen abzulenken. Und was essen wir dann in der Regel? Richtig, Schokolade, süße Sachen. Warum essen wir die? Weil die auf unser Hormonstatus auswirken. Das heißt, Essen, Süßigkeiten sind verbunden mit einem Belohnungszentrum. Denn als Kind wurden wir immer belohnt mit Süßigkeiten. Das ist verknüpft. Also wird unser Dopaminzentrum im Gehirn getriggert. Und dann bekommen wir auch ein Hormoncocktail. Nur, wie gesund ist dieses Hormoncocktail? Das Hormoncocktail ist okay. Aber mit was reizen wir diese Hormonsekretion? Mit was Ungesunden? Freunde, Süßigkeiten in gewissem Maße sind natürlich ungesund. Aber ich kenne Menschen, wenn die Stress haben, schlecht drauf sind, dann essen die eben ordentlich Süßigkeiten. Ordentlich Kohlenhydratlastig. Und nehmen dann von Jahr zu Jahr zu immer mehr zu. Und hinten dran steckt nichts anderes wie die Befriedigung des Belohnungszentrums. Weil wir eben die Verknüpfung haben, süß ist Belohnung, süß ist angenehm. Also produziert der Körper über diesen Anteil des Gehirns ein Wohlfühlhormon. Und dieses Wohlfühlhormon, das können wir auch produzieren. In ähnlichem Ausmaß allein schon nur über unser Denken. Indem wir uns Situationen überlegen, schöne Momente, die wir im Leben gehabt haben. Denn folgendes Beispiel. Ihr sagt jetzt, wie soll das gehen? Wenn wir zum Beispiel träumen, dann haben wir im Traum exakt die gleiche Hormonsekretion, wie wenn es wir live erleben würden. Und was ist denn eigentlich ein Traum? Im Traum sehen wir Bilder. Wir sehen einen Film. Und überleg mal. Und wir haben identisch das gleiche Hormonmuster, wenn wir träumen. Obwohl wir das, was wir da träumen, gerade nicht live erleben. Nichtsdestotrotz sind diese Bilder exakt mit einem Hormonmuster verbunden. Und dann fangen diese Hormondrüsen anzuarbeiten. Die Nebennierenrinde produziert zum Beispiel Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Wenn wir zum Beispiel nachts einen Unfall haben. Wenn wir nachts Aggression haben gegen jemanden. Wenn wir nachts in irgendwelche, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt sind. Oder in einen Streit verwickelt sind. Dann wird genau das gleiche Hormonmuster produziert, wenn wir es live erleben würden. Und jetzt ist eine spannende Frage. Warum können wir das nicht provozieren? Warum können wir unsere eigenen Hormone nicht selbst produzieren? Wenn es doch im Traum möglich ist, dann ist es doch auch bewusst wirklich über unsere Gedanken. Warum gibt es das Thema Visionen haben? Eine Vision, wo bin ich in der Zukunft? Eine Vision, wie wird mein Wettkampf ausgehen? Eine Vision, wie wird meine Prüfung ausgehen? Ich stelle mich hin und stelle mir vor, ich stelle auf der Bühne. Habe einen Auftritt und spüre und höre und sehe diese Leute klatschen. Das kann ich mir im Gehirn vorstellen. Diese Bilder kann ich meinem Kopf projizieren. Und was passiert? Richtig, es passiert das Gleiche. Hormonmuster, wie wir es bewusst erleben würden. Und genau das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Dass ihr jetzt ab sofort dann, wenn ihr mal wieder so einen Tag habt, so einen Tag, wo alles super schlecht ist und nichts euch gelingt und ihr super schlecht drauf seid. Dann probiert es mal aus, genau mit dieser Art von Gedanken, indem ihr entweder im Handy ein Album habt oder ein Buch habt, mit Motivationssprüchen. Euch ein schönes Gespräch mit einem netten Menschen sucht. Erstmal lobt diesen Menschen. Natürlich ehrliches Lob, logischerweise. Eure Frau lobt, ein Kompliment gebt. Eure Kind lobt, ein Kompliment gebt. Eure Mitarbeiter ein Kompliment gebt. So, euch, keine Ahnung, jemanden ein Telefon holt, den ihr kennt. Wie ihr wisst, der ist cool, mit dem kann man sich unterhalten, mit dem kann man nette Gespräche führen. Macht das. Und in dem Moment werdet ihr sehen, wie sich eure Laune verändert. Einfaches Beispiel. Stell dir jetzt mal bitte gerade vor, ein Erlebnis aus deiner Vergangenheit. Wo du was Tolles erlebt hast. Einen schönen Urlaub mit deiner Frau, mit deinem Lebensgefährten, mit deinen Kindern. Eine Prüfung, die du bestanden hast. Eine sportliche Leistung, die du erreicht hast. Ein Auto, was du schon lange gewünscht hast, oder gekauft hast. Oder einen Ring, oder eine Uhr. Oder ein Kleidungsstück. Stell dir das mal kurz vor, geh mal in diesen Moment rein. Geh mal rein und denk mal darüber nach, wo es war, wie es war, was war da, wie hat es sich angefühlt, wie war der Geruch da, was liegt da, wo war ich da ganz genau. Spürst du jetzt, was passiert? Du hast jetzt genau dieses Gefühl, was du schon mal hattest, in dem gleichen Moment. In diesem Moment hast du jetzt gerade deine Bestellung an der Hormonbau abgegeben. Das ist dein Cocktail bekommen. Ja. Ich weiß, es hört sich einfach an. Nichtsdestotrotz, es ist eine Herausforderung, in diesen Momenten genau das zu tun. Es ist ein Werkzeug, das ich euch liefern kann, das ihr benutzen könnt. Das ist für akute Situationen, damit umzugehen. Natürlich, dauerhaft müssen wir uns fragen, wenn wir morgens aufstehen und diese schlechte Laune haben, wenn wir morgens aufstehen und Angst haben vor einem Kunden, wenn es immer wieder kommt, müssen wir halt überlegen, wie können wir das ändern dauerhaft, wenn es ständig auftritt. Denn das, was wir machen, diese Gedanken, anders zu denken, sich die schönen Momente rausziehen, das ist eine Symptombehandlung. Wenn wir da eine Struktur haben bei jemandem, der das ständig hat, dann muss man weiter in die Tiefe gehen. Warum ist das so? Warum ist dieser Mensch ständig schlecht drauf? Ist sein Anforderungsprofil zu hoch? Verlangt er selbst von sich zu viel? Ist er perfektionistisch veranlagend, ihn zufrieden mit sich selber? Ja, das sind diese Sachen, die man in die Tiefe gehen muss, wenn es jemand jeden Tag trifft. Aber für jemand, der jetzt sagt, okay, ab und zu passiert mir das mal. Was kann ich jetzt dagegen tun? Das ist meine Empfehlung für dich. Das ist in dem Moment, wo du mal sagst, heute könnte ich echt ein anderes Cocktail brauchen. Lass ihn mal gucken, lass ihn mal an die Bar. Ich spreche mal mit dem Barkeeper. Das ist der zwischen unseren Ohren. Und frage ihn mal, Kollege, hast du vielleicht ein Cocktail für mich, das mir gut tut? Und das ist meine ganz große Empfehlung an euch. So, Freunde. Das war heute mal wieder ein besonderes Thema. Finde ich sehr, sehr spannend. Ihr wisst, dass dieses Thema bei mir groß, ganz weit oben ist. Denn das Gehirn entscheidet über Sieg oder Niederlage. Das Gehirn entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Das Gehirn entscheidet über Lachen oder Weinen. Das Gehirn entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Und genau aus diesem Grund ist für mich das so faszinierendste Teil, weil dieses Teil ist, was die Forschung anbetrifft, noch in den Kinderschuhen. Da steckt noch so viel Potenzial drin, was ungenutzt ist. Und viele Dinge weiß man heute schon. Und das, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, das sind Dinge, die können wir nutzen. Die sind schon erforscht, das funktionieren. Und genau aus diesem Grund wünsche ich mir, dass beim nächsten Mal, wenn es dir nicht gut geht, wenn du eine schlechte Laune hast, wenn es dir nicht gut geht, wenn du unzufrieden bist, dass du mal diese Technik ausprobierst. Als allererstes. So. Das wäre das. Und wenn du jetzt sagst, Andreas, super. Schön, dass ich das jetzt weiß. Aber ich brauche jemanden, der mich an der Hand nimmt. Der mit mir solche Sachen durchgeht. Der mal reinhört. Was habe ich für ein Anforderungsprofil? Warum bin ich manchmal schlecht drauf? Warum esse ich zu viel? Warum habe ich keine Lust auf Sport? Warum bin ich träge? Warum bin ich ständig erschöpft? Warum schlafe ich nicht gut? Warum funktioniert mein Training nicht? Das ist auch meine Arbeit. Und die verknüpfe ich immer. Mit dem wunderschönen Ding zwischen unseren Ohren, das zwischen 1340 und 1370 Gramm schwer ist. Das Gehirn, das die Entscheidung trifft. Und wer im Gehirn die richtige Entscheidung trifft, der hat bei allem anderen Erfolg. Auch bei den Vorlevels. Achtsamkeit, Schlaf, Ernährung und Bewegung. Und genau das ist meine Arbeit. Und wenn du jetzt sagst, Andreas, ich habe da keine Lust, mich darum zu kümmern. Machst du das? Dann sage ich dir, ja, das ist meine Arbeit. Und wenn du jetzt sagst, hey, wie kommen wir zusammen? Dann kannst du jetzt in die Bemerkung reingehen, in die Shownotes. Und da findest du andreas-trienbacher.com. Und da gehst du rein und gibst deinen Wunschtermin ein. Und dann hast du in Kürze ein Erstgespräch mit einem meiner Mitarbeiter. Und der erklärt erstmal ab, was brauchst du? Was ist dein Paket? Was ist dein Anforderungsprofil? Welche Wünsche hast du? Und das gleichen dir dann mit dem ab, was wir anbieten. Und dann bekommst du dein nächstes Gespräch bei mir. Ein 60-minütiges, unverbindliches, kostenfreies Erstberatungsstrategiegespräch. Wo ich dir dann erkläre, wie das alles funktioniert, was wir tun können. Und dann profitierst du auch davon, dass du nie mehr darüber nachdenken musst zum Thema, wie soll ich mich ernähren? Nie mehr darüber nachdenken musst, welche Übung soll ich machen? Welche Art von Puls soll ich haben? Wie lange sollten meine Trainingspausen sein? Welche Art von Sport soll ich machen? Wie lange sollten die Abstände meiner Mahlzeiten sein? Wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein, wie viel Fette brauche ich? All diese Informationen hast du dann. Du musst nie mehr darüber nachdenken. Du brauchst einfach nur eins tun. Umsetzen. Und dann kommst du automatisch zu deinem Ziel und hast Erfolg. So, das war's. Jetzt bist du dran. Ich freue mich, bald von dir zu hören. Hier war Andreas Trinbacher, dein Performance-Coach.